Ja, hier geht es weiter mit den Besten aus dem Katalog und ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen mit dem Besten, was es seit vielen Jahren gibt. Für mich mit dem Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts oder auch dem Technologieprodukt 2020, weil damit, mit diesem Gerät kann man sich überall auf der Welt verständigen, ohne irgendwelche Sprachbarrieren, egal wo auf der Welt man sich aufhält. Und Sie kennen das selber, Sie gehen ins Ausland, planen eine Reise, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber für den Juni oder für den August, ja, und dann hat man oftmals Probleme, werde ich dort verstanden? Gibt es Sprachbarrieren? Ich kann Ihnen sagen, mit unserem Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts werden Sie keinerlei Sprachbarrieren mehr haben. Und noch eine Neuigkeit, wir haben eine Sonderedition, unsere White Edition von diesem Gerät, die sehen wir auch gerade und der ein oder andere wird schon wissen, worum es geht. Es geht um einen Sprachübersetzer der Extraklasse. Das können wir wirklich so nennen, oder? Das stimmt. Und hier die White Edition, die ist so heiß begehrt, da kommt jetzt die Lieferung in wenigen Tagen. Und Sie exklusiv als PaltiV Zischer dürfen jetzt schon da vorbestellen, können sich die direkt sichern. In wenigen Tagen ist sie dann bei Ihnen auch zu Hause, sobald die Lieferung da ist. Also wirklich, es dauert nicht mehr lange. Und dann bekommen Sie dieses Gerät, hier ist es nämlich, in weiß, in dieser Special White Edition. Wir haben es nicht mal bisher hier im Studio. Also die nächste Lieferung kommt wirklich jetzt direkt, diese erste Lieferung. Und Sie bekommen dann direkt aus dieser Lieferung exklusiv eins der ersten Geräte. Also Sie profitieren wirklich jetzt auch als PaltiV Zuschauer. Und haben Sie gesehen auf den Bildern, diese White Edition ist wahnsinnig elegant. Richtig, richtig schön. Also komplett in weiß. Und dann so mit so Rosé-Gold-Applikationen. Also ganz, ganz edel, sehr, sehr schick. Ganz exklusiv natürlich gemacht für Sie auch als PaltiV Zuschauer. Und zu bedienen ist das Gerät sehr, sehr einfach. Also wenn Sie übersetzen möchten, wenn Sie jemanden verstehen möchten, wenn Sie sprechen möchten, 75 Sprachen. Das geht so einfach. Sie schalten das Gerät einfach nur an, an der Seite. Und dann haben Sie hier wirklich direkt diese Grundeinstellung mit dabei. Das sehen Sie hier. Ja, einfach nur einmal anschalten. Sie haben hier den Ein- und Ausschalter. Sie haben hier die Lautstärkeregelung an der Seite. Und Sie sehen hier dann direkt einmal Übersetzung. Da können Sie dann draufgehen. Und da, wenn man da drauf geht, da kann man auch noch Aufnahmen machen natürlich. Könnte auch so Konferenzen machen. Aber das ist für Sie jetzt ganz uninteressant. Sie können auch da dann bei Einstellungen noch zusätzlich etwas vornehmen. Zum Beispiel dann auch ein WLAN dementsprechend anwählen. Denn ganz wichtig, dieser Sprachübersetzer verbindet sich mit dem WLAN Ihrer Wahl. Und wir haben ja mittlerweile fast überall WLAN, also gerade in Hotels oder in Cafés oder so weiter. Und dann sind direkt 75 Sprachen für Sie verfügbar. Und auch die sieben wichtigsten Sprachen, die sind eh voreingestellt. Die können Sie auch offline überall verwenden. Also wirklich die sieben wichtigsten Sprachen auch offline überall zu verwenden. Also wirklich wahnsinnig genial gemacht. Und da ist wirklich alles dabei. Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch. Also wirklich alles mit dabei. Und das sind ja wirklich die sieben wichtigsten Sprachen. Also richtig, richtig gut. Hier einfach dann, wenn Sie etwas sprechen bzw. übersetzen wollen, hier draufklicken. Das ist so ein Touchbildschirm. Und dann stellen Sie das schnell ein. Ihre Sprache einmal hier. Ja, ich hoffe Sie, ja, so sehen Sie das jetzt hier. Das ist Ihre Sprache, die Sie hier haben. Ja, und da ist natürlich jetzt Deutsch eingestellt. Weil unsere Muttersprache ist ja das Deutsche. Das habe ich jetzt hier einmal eingestellt. Und Sie sehen, das ist auch schön gemacht mit den Flaggen direkt. Und hier auf der anderen Seite, da stellen Sie die Sprache ein, in die Sie übersetzen wollen. Also hier zum Beispiel jetzt Englisch, ja, oder dann auch eine andere Sprache, die Sie gerne sprechen oder übersetzen wollen. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann hier zum Beispiel sein, dann auch Französisch. Das könnte aber auch Arabisch sein. Das könnte zum Beispiel auch Russisch sein. Das könnte zum Beispiel auch hier Koreanisch sein. Also egal, was man hier zum Beispiel hat. Bjarne spricht zum Beispiel auch Russisch, richtig, ne? Ja, oder dann natürlich auch andere Sprachen, Portugiesisch. Also 75 Sprachen dieser Welt. Reif, Deutsch wird ja wirklich nur in drei Ländern eigentlich gesprochen, ne? In der Schweiz, in Österreich und natürlich in Deutschland. In allen anderen Ländern. Und das ist ein Riesenglobus hier. Werden natürlich andere Sprachen gesprochen. Und hier sehen wir das. Natürlich, Englisch ist weltweit die meistverbreitete Sprache. Das ist das hellblau. Oben sehen wir dieses leichte Lila. Das ist Russisch rechts und dann runter Chinesisch. Und Sie sehen, Deutsch ist gar nicht zu sehen von dem Farbklecks da oben. Also aber hiermit baue ich alle Sprachbarrieren in dieser Welt ab. Und wenn Sie gerne reisen und in letzter Zeit gerne unterwegs waren, wissen Sie, dass man irgendwo, egal, wenn es nur zehn Kilometer über der Grenze ist, dass man dann an Sprachbarrieren kommt. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn man nicht nur im Urlaub ist, sondern wenn man vielleicht eine kleine Notfall, eine Krisensituation hat. Ob das medizinische Art ist oder verkehrstechnische Art. Dann hat man richtig Probleme. Und auch diese Probleme werden mit diesem Sprachübersetzer zu 100 Prozent gelöst. Genau, weil Sie einfach jede Sprache immer direkt sprechen können und natürlich auch dann sich da verständigen können. Sie sprechen Ihre Muttersprache. Der Ihnen gegenüber kann aber seine Muttersprache sprechen. Wir sprechen hier jetzt übrigens bei uns gerade über diese White Edition. Sie können jetzt hier unser neues Modell, diese White Edition, vorbestellen. Ganz starke Nachfrage hier bei uns. Das ist unser neuer Sprachübersetzer in diesem wunderschönen Weiß. Sie haben es gerade gesehen. Ganz schick, ganz elegant. Also hier das ganz neue Modell für Sie jetzt exklusiv. Kommt in wenigen Tagen. Da ist die Lieferung jetzt in wenigen Tagen da. Dann haben Sie das gleich zu Hause und können das nutzen. Und ich würde sagen, wir zeigen direkt mal, wie es funktioniert. Also ich habe jetzt hier mal Englisch eingestellt als andere Sprache und dann kann man da wirklich ganz, ganz tolle Dialoge direkt auch durchführen. Sie als Sprechender in Deutsch drücken dann einfach hier oben. Der andere, der Ihnen antwortet, der drückt dann einfach hier unten. Und Sie müssen jetzt auch nicht Ihr Smartphone aus der Hand geben oder müssen ein großes Wörterbuch mitnehmen, sondern es geht wirklich ganz einfach. Also wenn Sie zum Beispiel nach einem Restaurant suchen, dann können Sie hier einfach mal fragen. Sie treffen vielleicht einen netten Engländer, eine nette Engländerin auf der Straße. Hallo? Und dann können Sie einfach mal fragen. Hallo? Ich suche ein gutes Restaurant. Und das Gerät übersetzt das sofort, Sie haben es gehört, jetzt ins Englische. Und dann steht hier, ich suche ein gutes Restaurant. Das, was ich gerade gesagt habe. Und Sie sehen, der Text wird sofort ins Englische übersetzt. I'm looking for a good restaurant. Das ist die Übersetzung. Und das hat er ja auch gerade laut gesprochen. Das könnte ich jetzt, falls mein Gegenüber, mit dem ich sprechen möchte, das jetzt nicht verstanden haben sollte, auch nochmal wiederholen. Dann klickt man da einfach nochmal drauf. I'm looking for a good restaurant. Hören Sie das? Und dann kann natürlich der Gegenüber jetzt sofort auch antworten. Und dann können Sie ihm das geben und dann geht das ganz, ganz einfach. Ist das toll? There is a good restaurant in the city. Es gibt ein gutes Restaurant in der Stadt. So einfach geht das. Und Sie können sich mit jemandem unterhalten, mit dem Sie sich sonst gar nicht verständigen könnten, weil Sie vielleicht gar kein Englisch sprechen. Das ist so einfach gemacht. Sie sehen, wie das geht. Und ich möchte jetzt vielleicht auch fragen, ob es in dem Restaurant auch, weil Sie vielleicht auch Vegetarier sind, und ob es da auch vegetarische Gerichte gibt. Das heißt, ich kann das machen. Gibt es in diesem Restaurant auch vegetarische Gerichte? Perfekt übersetzt. Sie sehen das. Und wie gesagt, ich kann das auch nochmal wiederholen, falls ich das möchte. Einfach nochmal draufklicken. Es wird da auch ausgeschrieben. Sie sehen, wie toll das ist. Ganz, ganz toll. Lautstärke können Sie auch an der Seite variieren. Und dann kann meine englische Freundin, die mir hier so nett hilft, direkt auch antworten. Yes, sure. They have salads, noodles and soups. Ja, sicher. Sie haben Salate, Nudeln und Suppen. Ist das nicht fantastisch, Ralf? Ja, also perfekt. Und das jetzt natürlich nicht nur in Englisch. Wir haben 75 Sprachen hinterlegt. Das geht jetzt also überall auf der Welt. Ob die Suche nach einem Restaurant, nach der Apotheke oder nach einem Arzt ist, Ihnen wird geholfen. Und oftmals fängt ja das Problem schon an, wenn man aus dem Flugzeug steigt und nimmt ein Taxi. Kathi, da gibt es ja oftmals auch Verständigungsschwierigkeiten. Ich glaube, da können auch Berliner ein Lied davon singen, wenn dann eben ein nicht deutschsprachiger Taxifahrer mal am Steuer sitzt und dich gar nicht versteht, was du eigentlich willst. Aber auch diese Sprachbarrieren, egal welche Sprache jetzt der Taxifahrer spricht, werden hier natürlich gelöst. Und zwar eins zu eins in einer perfekten Übersetzung in jeder Sprache dieser Welt, die Sie möchten. Und natürlich, jetzt bleiben wir beim Restaurant, jetzt gibt es ja da oftmals auch Irrtümer bei der Bestellung, oder? Natürlich, das kann natürlich auch schnell passieren. Man weiß dann ja gar nicht, was man bestellen möchte. Ist mir persönlich auch schon passiert. Ich kann Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja lange Zeit in Dänemark gelebt, bin nach Dänemark gegangen. Und als ich nach Dänemark gegangen bin, habe ich noch kein Dänisch gesprochen. Ich habe das dann gelernt. Jetzt spreche ich natürlich auch Dänisch. Aber als ich da war, konnte ich kein Dänisch. Und im Dänischen gibt es zwei Worte, die sind sehr, sehr ähnlich. Und da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, als ich im Restaurant war und bestellen wollte. Und zwar gibt es das Wort Killing und das Wort Kühling. Und die unterscheiden sich nur mit einem I und einem Y. Aber wenn man dann im Restaurant bestellt und statt einem Hähnchenspieß einen Spieß mit kleinen Katzenbabys bestellt. Was meinen Sie, wie der Kellner einen dann anschaut? Also da muss man schon aufpassen. Deshalb, also das ist mir passiert im Restaurant in Dänemark. Weil ich halt Killing und Kühling, hört sich sehr ähnlich an. Aber man muss da halt schon aufpassen. Deshalb immer so einen Sprachübersetzer dabei haben. Der gehört wirklich, auch bei Ihnen, einfach in jedes Reisegepäck, wenn Sie unterwegs sind. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Nehmen Sie bitte immer, immer mit. Sie packen ein Ihren Reisepass, Sie packen ein den Reisekrankenschein und Sie packen ein Ihren Sprachübersetzer. Das ist eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Früher hat man wirklich immer noch auch einen Reiseführer mit eingepackt. Und man hat immer noch ein Sprachwörterbuch mit eingepackt. Na, Sie haben jetzt immer dieses Gerät mit dabei. Das wird zu Selbstverständlichkeit auch bei Ihnen zu Hause. Ja, bitte. Ja, jetzt müssen wir über die White Edition nochmal sprechen. Die kommt in wenigen Tagen und wird dann gleich an Sie ausgeliefert. Und Sie können sich dann schon auf Ihren nächsten Auslandsaufenthalt oder Urlaub freuen, wenn Sie denn jetzt schon bestellen. Die Bestellnummer ist die NX 4677 und die 569. Der Preis gerade mal 142,45 Euro. Und eigentlich unbezahlbar, wenn es unterwegs ist. Und gerade auch in Krisensituationen, das müssen wir jetzt nochmal sagen. Also du suchst einen Arzt oder Sie suchen einen Arzt oder auch nur eine Apotheke. Ja, Sie werden die finden, weil Sie jeden Menschen auf der Straße fragen können, egal welche Sprache er spricht. Keinerlei Sprachbarrieren mehr weltweit. Ein Traum wird wahr. Und das geht mit diesem Gerät. Die White Edition jetzt lieferbar, also in wenigen Tagen. Und da kann man sich schon drauf freuen. Und was man natürlich auch machen kann mit unseren Sprachübersetzern, ist ganz einfach Sie auch mal auf eine Landessprache vorbereiten. Vielleicht geht man ja auch nach Spanien in Urlaub oder nach Frankreich und möchte so mal die Grundsätze einfach schon mal drauf haben. Was heißt guten Tag, was heißt auf Wiedersehen oder ähnliches. Und jetzt haben wir natürlich als Zweite das, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben, hier unseren schwarzen Sprachübersetzern, der technologisch eigentlich genauso hervorragend ist, jetzt nur in schwarz gehalten. Ja, in schwarz, das ist genau das Modell, das wir schon hier im Studio haben. Das können Sie natürlich auch jetzt direkt vorbestellen, denn auch hier ist die Nachfrage immens. Wir bekommen Lieferungen. Die Lieferungen sind dann immer schon alle vorbestellt. Die werden direkt wieder rausgeschickt. Also auch hier ist wirklich ein Andrang immer an diese Geräte. Deshalb bitte auch hier, Sie müssen vorbestellen, dass Sie überhaupt so ein Gerät bekommen, dass Sie dann in den nächsten Lieferungen mit berücksichtigt werden. Da sind die Kollegen im Callcenter jetzt für Sie da, nehmen da gerne Ihre Vorbestellung entgegen. Viele bestellen auch direkt gleich zwei Geräte, dass der Partner mit ausgestattet ist oder geben dann auch an die Kinder ein Gerät weiter, dass jeder da wirklich ein Gerät bekommt. Weil so ein Gerät bedeutet einfach unglaubliche Flexibilität, Freiheit und auch, wie Ralf gerade gesagt hat, eine unglaubliche Sicherheit. Das müssen wir auch nochmal sagen. Weil gerade wenn man irgendwo ist, gerade auch im Ausland, wenn man die Sprache nicht spricht und irgendwas passiert, man ist dann immer so hilflos. Das ist Ihnen bestimmt schon mal passiert, dass Sie im Ausland waren und dann ist irgendwas passiert. Sei es jetzt, dass es irgendwie einen medizinischen Notfall gab oder dass Sie auch irgendwie irgendwo hingereist sind. Allein schon am Flughafen. Man hat vielleicht irgendwas gebucht und das ist nicht so, wie es sein sollte. Man möchte irgendwie kommunizieren und dann spricht keiner Deutsch oder Sie sprechen auch nicht so gut Englisch. Und dann kann einem keiner helfen. Man ist vielleicht im Hotel angekommen und man hat ein Zimmer mit Mehrblick gebucht, aber das ist dann ein ganz anderes Zimmer, als man bekommt. Und dann möchte man irgendwie sagen, ja, aber ich habe das gebucht, ich habe das ja auch bezahlt. Und warum ist das denn jetzt so? Und man möchte sich ein bisschen beschweren dann natürlich auch. Man hat das ja schließlich bezahlt. Und dann kann man sich nicht richtig verständigen. Das ist da wirklich Ihre Rettung. Weil hier können Sie jede Sprache sprechen. Sie sind zum Beispiel dann in Spanien im Urlaub. Dann gehen Sie hier einfach, schauen Sie auf Spanisch. Und das ist egal, ob Sie dann hier in richtigen, da ich zeige es Ihnen, in Spanien sind, also wirklich auf dem spanischen Festland. Oder ob Sie in Mexiko sind, wo Spanisch gesprochen wird. Weil da wird sogar hier nochmal unterschieden. Oder Sie sind natürlich dann auch irgendwie in Russland oder sogar irgendwo anders in England. Sie können alle Sprachen sprechen, 75 Sprachen. Und Sie können sich mit jedem Mitarbeiter in jedem Flughafen, an jeder Rezeption, in jedem Hotel, egal wo Sie sind, können Sie sich verständigen und können sagen, was Sie möchten, was vorgefallen ist. Ob es einen ärztlichen Notfall gibt, das ist ja auch immer ganz wichtig. Oder wenn Sie einen Autounfall hatten, dass Sie sagen, komm, das war ein Autounfall, aber ich hatte keine Schuld, der andere hat mir die Vorfahrt genommen. Gerade solche Sachen. Ich hatte Vorfahrt, ja. Was heißt denn das bitte in Spanisch oder auch mal allein in Englisch, ja. Wer weiß das denn? Hier, Ihr Sprachübersetzer weiß das. Und der hilft Ihnen, ja, damit Sie dann auch Ihr Recht bekommen, dass Sie sich immer verständigen können. Weil der kann das, der kann alle Sprachen. Und Sie sprechen einfach in Deutsch rein und der übersetzt Ihnen das in jede Sprache. Das ist einfach die Freiheit, die Hilfe, die man heutzutage braucht. Ja, und vor allem, es ist wirklich unkompliziert zu bedienen. Das kann jeder Laie. Es gibt nur zwei Tasten, ja, drei, eine noch zum Einschalten, aber dann zur Übersetzung. Und man wird auch immer herausfinden, welche Sprache das gegenüber spricht. Und es ist natürlich heutzutage, glaube ich, unbedingt notwendig, einen solchen Sprachübersetzer mitzunehmen, auch zur eigenen Sicherheit. Du hast vorhin Verkehrsunfälle angesprochen. Und viele fahren ja auch mit dem Auto in Urlaub nach Südfrankreich, nach Spanien, Kroatien. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Und dann, wenn da wirklich mal irgendetwas passiert oder du nur mal, weil es Navi ausfällt, nach dem Weg fragen musst, da wirst du in Kroatien schlechte Karten auch mit Englisch haben, ja. Allein in Frankreich wüsste ich ja dann wahrscheinlich schon nicht, wie ich mich verständigen sollte, weißt du. Das ist ja das. Und hiermit werden alle Sprachbarrieren weltweit hier aufgehoben. Also 75 Sprachen. Ich behaupte, damit erreichen wir 99,9 Prozent der Weltbevölkerung, mit denen Sie sich in Zukunft verständigen können. Vielleicht haben Sie auch eine Kreuzfahrt am Ende des Jahres geplant. Weil bei Kreuzfahrten ist es oftmals so, dass die ersten Mal nicht unter deutscher Flagge, sondern ausländischer Flagge sind. Und natürlich auch die Passagiere aus aller Herren Länder sind. Und dann kann es halt mal sein, dass man mit Englisch wirklich nicht weit kann, mit seinem Schulenglisch. Und dass man eben vier Nationen mit am Essenstisch sitzen hat. Und mit denen möchte man sich trotzdem unterhalten, weil man möchte ja einen schönen Urlaub verbringen. Und das geht natürlich mit diesem Sprachübersetzer. Hier sehen wir den Klassiker natürlich im Restaurant. Ja, nichts Falsches bestellen, ja. Weil nachher bekommst du etwas, was du gar nicht essen willst, wenn du hier mit Händen und Füßen bestellst. Aber mit dem Sprachübersetzer wird es keinerlei Missverständnisse mehr geben. Ja, genau das ist es ja auch im Restaurant. Man möchte ja auch mal nachfragen, was ist denn vielleicht auch das Tagesgericht, das da auf der Tageskarte steht? Man kann es vielleicht gar nicht lesen. Oder ganz oft ist es ja auch, man traut sich wirklich mal in so ein kleines Restaurant rein, das so schön aussieht. Die unten dann schön irgendwo am Strand sind. Und dann kommt aber die Karte und die Karte ist dann nur in der Landessprache. Und das können wir ja auch mal simulieren. Ich kann zum Beispiel hier ja auch mal fragen. Wir haben wieder unsere liebe Diana, das ist wieder unsere Engländerin hier an der Stelle. Hallo, schöne Frau. Guten Tag, was ist Ihr Tagesgericht heute? Hallo, was ist Ihr Tagesgericht heute? Und dann kann sie mir natürlich als Kellnerin jetzt antworten. We have a tasty fish with salad. Wir haben einen leckeren Fisch mit Salat. Oh, das hört sich doch schon lecker an, oder? Einen leckeren Fisch mit Salat, sehr gesund. Sie sehen, Sie können auch im Restaurant dann wirklich mal direkt nachfragen. Aber wichtig ist ja wirklich, dass Sie den jetzt vorbestellen, damit Sie den überhaupt bekommen. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch nachfragen. Ja, vor allem sichern Sie sich jetzt natürlich den TV-Sonderpreis, wenn Sie jetzt vorbestellen, wenn Sie die schwarze Variante wollen. Die Bestellnummer hier ist die NX 4642 und die 569, der Preis hier 132,95 Euro. Und die weise Version, die kommt in wenigen Tagen, ja, die bitte auch jetzt schon vorbestellen. Und die White Edition hat die Bestellnummer, sage ich gerne nochmal, die NX 4677 und die 569. Und Sie sehen, wir haben weltweit keine Sprachbarrieren mehr.